ARD Text im Auftrag von Funk Hey Leute, willkommen meine deutschen Folgen Wir sind so kompetentiv und wir labern gerade alle durcheinander und ich würd sagen wir gehen... Ah, short Ok, B Ja, bei mir hat er als erstes nicht aufgenommen, weil der Drecksfehler von Shadowplay kam Das ist, das ist der Ultimatum Hallo Ey, ich geh grad an, äh, ich folg Perry Hä? Ich bin... Alter Loll Warum geht ihr denn nicht weh mit? Ich hatte die Bombe Niemand mag die Bombe Alter Die war kaputt Rette Lecker über mir Ja Du musst nicht so in dein Mikrofon schreien Ah, guck mal ein Ok, du bist schon wieder die Bombe Ich hab die Bombe Nee, ich hab die Bombe Niemand kauft die Bombe Ich hab sie schon Nee, ja, ich kann sie trotz Bist du Jan Was? Alter, wieso geht's jetzt plötzlich mein Steam-Overlay auf? Naja, ich lass euch mal wieder alleine Ok Alles klar Und, tschüss Youtube Es ist grad ziemlich 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 Schlecht grad alles Alter, die machen auf der LOLL Alter, ich... Es hat sich plötzlich mein Steam-Overlay geöffnet Und wieso hat der eine Spastien-Nip-Profil-Bild drin? Warum... Die wichtigere Frage ist grad Warum sind wir grad so scheiße alle? Äh, wir sind eigentlich gar nicht so scheiße Ich steht hier jetzt Doch Doch, wir haben alle 0,2 Ey, ich hab 0,1 Ja, ergibt Sinn Nein, du hast 0,2 Nein, ich hab 0,1,1 Ich hab... Ich bin James Bond Du heißt 0,0,2 Schau mal gescheit hin Oh Nein Nee Was ist deinem Zitat so Ahh O atenção Ach, da hängt er sich Weil, der des Verzittersten Ldet hat sie gar nicht so quelle хool Die muss man gar nicht hoch runterziehen Weil der Selbzen einfach den Voranfang Für diese Aufnahme Communication veo Es gehen Verk pläten Solki Das.. Letster intimidated Was das S Rangers los mit mir jetzt was ich weiß weil die Scheiße ja die schlechter wie bei der Oma wer ist der Jonas Jonas ist äh ein wiki ist geil der Ecke hat erregt doch ein Köln der Katzen du bist gerade der einzige Sitzende Prozent Kieler sie hatten doch nur weil der einen Tiefel gemacht alle weiter zu kippen ich möchte es nicht an der stelle 2 3 noch an die kliniker die kitzel leider nicht leid seit wann was steht 4 ja wenn er war er war er war er war er war aber alt auf war da es ist die los der warte gilt ja klar ich habe um ich glaube ich hätte gleich zu nicht eine Aufnahme darf sich erst wenn du leckst es dann aus meiner Zeit auch Gott mein Geld aber brauche der Faschen zu er tut nur so heute der Weg geht es all lang okay geht es um gleich weiter geht du vor bei mir habe ich schon längst okay er geht sterben und ich gestorben läuft und die zählte zum alt allol ob er geht na ja ich erwarte dass der wenigstens was macht alter bleibt alter der hat niemals ist mehr Blutsprit seiner Hort hier in der einen Ecke bei mir zappelt das kein einer aber ich habe wieder diesen Park mit den Messern mit was schau mir mal zu oder war oder hat er die heilige fressen das war schlecht nebenbei es lebt noch eine der ist da bei Auto bei K die spieler Ecke wird das gute Spiel einfach schlecht m aber ich glaube ja ich bin aber auch die teilweise ziemlich überrascht wenn er plötzlich welche bei CT Double Doors pushen ja das stimmt schon Perry guck mal ja schön bitte so wo bist du h Perry kauf mir kauf mir narkaar dann passt es äh er habe keine Kohle für narkaar dann kauf mir irgendwas was du willst okay das ist auch ich glaube da da der Kugel der Kuh weiter kann es tun vorstelle wieder ja okay ich mache das was erler lasst mich kurz machen lassen es nicht ich habe gesagt die Lauf alter dann einfach nur ein so schön ja ich achte bei nicht auf weiter einer ist Prozent Prozent da er stimmt wird er hätte es ja ist klar haben die Bestiebe 70 sich präsentieren er geht da und die Pläne nicht alle Klauen Jan und Spaß macht man mit dem Teil der Wagen die Ecke wieder ja das war das Kader er hat sich gerade weiter der Klinik in der Wörter er hat durch den Posten wird so kaputt gehen das kann ich schon sehen das kann ich schon sehen ach so der ist weggegangen ich wollte gerade zu Keks sagen weil das er so dumm wäre nein nicht mehr gar nicht so tschüss Arbeiter die Stilgien 3 ABP sei es ab weitergegangen ist so dass wir machen als er er hat er 1 2 in der ich kann nicht schätzen hin so ein Satz jetzt erst der Paschen ach fick doch die ja auf mann der Stuttgart gut geschluckt 2 Leuer 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 Jonas sein Ernst Loll werden in der Tülle ich so und frage gesagt was sind ja er warst ja er er machte nicht die machte nicht Zeit er ist der Künstler hat das ist da noch ein Abend so jetzt gehen wir der da Benji, so, ich bin Berserker. Was? Du hast Angriffe von drei Leuten überlebt. Aha. Ich kack grad so ab. Werde nicht mehr Asimov. Ach, bedankt. Lass mal tauschen. Wir gehen mal B. B. Gelb. Die snipen. Gelb. Gelb. Die snipen alle. Benji. Ich denke mal lang, weil die rushen bestimmt wieder. Wo? Eigentlich hat man ja als Sniper bei B. Ne. Oh, ich glaub die kommen. Ich kann das. Ne, ne, die Smog, da war ich. Die Smog, da war ich. Oh, du bist so B. Achso. Cutters meine ich. Nicht steppen. Ah, ist der Gelb überhaupt von uns? Alle sind bei uns. Ich hab die Bombe nicht. Du wick. Alter, wo bist du? Wo bist du? Alter, du hast low life. Hast du Glück gehabt. Aaaaah. Wir wollten uns nicht herausfordern. Wir tauschen wir. Wo ist denn, wo ist eigentlich Jonas? Da ist Jonas. Hallo. Nirgends. Nirgends. Okay, wir hin. Short. Einer B. Bombe sagt Short. Der Rest A. Ja, okay. Fuck. Okay. Einer pusht. Als Ersthaft. Ja. Alter. Nein. Warum deckt auch nicht? Weil wir Short gehen. Ja. Bei den Mongos muss man einfach decken. Äh, ich bin schon on spot. Das ist euch schon klar, oder? Ah, LOL! 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 Der ist, ähm, der Gate ist zwei Doors. Bei, äh... Ja, haltet ihn einfach auf Distance, dann hat er keine Chance. Außer, er hat irgendwie Kegel oder so. Äh, eben. Ich glaub, der kommt lieber Mitte. Ich schau Short. Gucken wir mal, wo ist? Weil er sonst lieber hinschaut. Short oder Mitte? Nein, das war ich. Nein, ich hör die Steps. Was sag ich? Okay. Nice. Braucht jemand was? Ich will, dass Jonas... Alter... Jonas, es skaliert, der hat... Jonas eskaliert, der hat... äh, der könnte echt suchen, ein bisschen Goldnummer sein. Das war aber eins, deine. Nein. Das war jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich versteh einfach gar keine Stats, das regt mich irgendwie auf. Ja, keine Ahnung, ich find ich gehör nicht in Silver 2. King wir Short oder was? Was machen wir? Was machen wir? Keine Ahnung, ich folg euch einfach. Ich war einfach zu viele Matches scheiße, darum bin ich in Silver 2. Doch. Jetzt. Ich fang mal kurz den Pusher ab. Einer! Ah, kurz! Hä? Was sag ich? Cut das! Cut das, genau. Alter, was ich für'n Scheiß glaube. Äh, neun Prozent. Alter. Einer Goosebumps und einer ist, äh, Cross. Das war... Alter, ja. Einer ist bei uns spawnen. Der kommt, äh, kurz. Jetzt hat sie so mit... Einer kommt kurz, glaub ich. Grün, schau links. Ja, okay. Oh, du bist auch tot. Ja, hinter mir. Überall. Ja, keine Schaffe. Alter, wie die alle da versammeln, Alter. Wir kommen von allen Seiten. Oh, ja, Patrick, Desert Eagle. Können sich zwei Leute keine AFP mehr leisten? Ja, doch. Hm. Ich hab mir schon eine Leistung kennen, aber... Jeder kann sich AFP leisten. Ja, bitte. Ich hab keinen Bock auf drei Aase. Was machen wir? Ja. Den Kronen schießen. Was hättet ihr denn? Ich hab ne Heu gefrisst. Ich laufe aber jetzt schon short. Das ist das Problem. Aber egal. Ich warte schon, komm. Schmeiß ne Flash auf, äh, ober. Oh, Flash, Flash. Oh, scheiße. Ich auch. Ja, Robinson. Alter, Möpse. Ja, was? Du... Ja, was? Du... Ja, was? Ja, was? Ist du gar nichts? Der kontrolliertes Chaos am Start? Nein, dies war nicht kontrolliert. Da ist einer. Der Fars spielt doch hier Spaß. Der Fars spielt doch hier Spaß. Der Fars spielt auch 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 hier wegen... Überlieder durch den Überblick. Hm. So wieder mal total... Ist einfach einfach... Einfach... Dream Team hier. Alle flaschen sich gegenseitig. Absolutes Chaos. Ist ja nicht so schlecht. Oh, Loi. Oh, Gott. Fuck. Wieso kann ich nicht... Junge, das sind zwei Leute! Warum macht ihr nicht so krass? Alter, Alter. Aber nein, ist doch gar nicht zu viel im... im Rückstand. Was? Nein, nicht... Was, wir sind Rückstand? Ich habe als erstes AVE gekauft. Ich... 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 die Fleischen Lagen, die kommen. Ich glaube, die Fuschen wieder. Ich glaube, die Fuschen wieder. Hey... Hey! Hey! Was ist mein Käse? Prozent aber zwei Prozent der Räckchen ab aber so holland und trommel und nun so hat man immer nur noch nun sind sie alle drinnen und hohen so nur bewegen das ist schon 8 von Lund von Lundin noch nun wo war er nun 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 anscheinend ist er da unten meinte der es stellt auch kann auch kann also wird sie uns um die an mannungen und so ist ein weiterer Wunder weil sie hier hoch geht Leul. Lerlo Klammer nur noch von der Welt von Lerlern Tor Jonas wird es sagen erhört dich nicht ja kaum alle noch verschaut ich habe die Artic ja ich glaub nicht die Leute verarschen KDP und ich verarschen ich bin der einzigste ohne Arzt dass sie was eingeschwört hat ach muss ja für euch sorgen ich habe keine Ahnung du kannst die Awe nicht mitnehmen ich hab mir keine gekauft, dies von Kieks Alter wo bist du? Ich muss jetzt echt den Schuss verpassen Junge nee, nee, steht schon wieder! Da ist Mitte! ey, das ist doch scheiße wir sind so Deathstar hier am Start diese Machtgrund ich würde dir ja zu gern vor mir messen den Bench hier ich habe auch die Anschluss von Mama I don't get this da war ein bisschen zu mir, äh gelb Plänte das willkommt aber nur derjenige, der pläntet reicht nicht mehr, reicht nicht mehr leid, ich hab das gebombt vor der Fresse keine Ahre leid! keine Ahre Besschen, schau mich mal an leid! 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 Jonas, schau mich mal an wo bist du? nein! ja! okay, mein weh! leid! 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 ha! was war? noch nix! ich hab' die Bombe die Bombe die Bombe ha! da ist noch einer noch einer? mhm genau der da Ich hab richtig schlecht geschossen. Moment, ich komme, ich komme, ich komme. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht hinbekomme. HALT! Das ist so weird. Du, ich hab nicht einen Kick. Motherfucker. Oh, schon last round. What? Ja, last round auf der Seite. Wieso wollen die mich reporten? Äh, der Pilger... Alter, ich hab 7,80 scheiße bin ich. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung, was ich hab. Du bist so ein Meister. Warte, ich mach! Okay. Schließlich kommen wir nicht mehr. Oh, Loll! Loll Benji! Loll! 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 Ich hätte einen Hatter von irgendwoher bekommen! Schott! Jaaa Warum? Ich weiß nicht Ja, der Playviking ist ein Hacker! Der Playviking ist ein Hacker! Report ihn, bitte! Ja, wenn die mal nicht gewinnen, dann hast du das! Alter! Ich sag das nicht, Alter! Oh, Jungs! So ist es doch immer sehr erfrischend! Das ist das größte Komplett! Wee! 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 Wunderfuckerla! Alter, schrei nicht so! Sorry! Echt so! Aber das ist... Also wenn ich der bin, der so schreit! Was ist denn, Judy? Alter! Einer ist Window, einer ist... Keeks, keeks, keeks! Uh, frisch! Jaaa! Gott, Mann, ich war gerade abweg! Ja, klar, Alter! Jaaa! Jaaa! Erstmal... Marsfutter an! Jaaa! Jaaa! Schöne! Jawoll! Weil ich hab nur noch... Ich hab keinen Schuss mehr gehabt! Jaaa! Acht zu zehn, was denn ist das? Hörte mich? Nein. Nee. Hm, hm, hm. Ich würde ich gern hören, aber ich würde dich nicht hören. Okay, okay. Ja dann, jetzt weil ich da nix siehst. Ey! Ein B! Ja. Schon wieder! Hilfe! Ja, wenn... Na, na, da hab ich mit Sess geworfen. Alter, alle hocken sogar. Wir sind alle on-spot. On-spot schon? War man nicht, 2B? Ich hab schon wieder... Ja, wir konnten aber nix machen, weil ich ne Echo gemacht hab. Loll! Alter, ich bin so schlecht, Garth! Einen Hit! Ja, wenn ich jetzt da vorgehe, dann... Stille, mach! Geht's, mach! At least a Hit! Alter, 10, 12, 12, 12, 1. Alter, wie so verkacken, wir grad mit Dischen City so krass. Irgendwie jetzt steht 9,108. Wir verkacken, nein, nicht gar nicht. Ja, aber wir sind jetzt Runden alle verkackt. Ja, weil wir Echo gemacht haben. Wo die schon voll equipt waren. Nein! Ich hab nur gegen Pistolenputzis gekämpft. Ich komm mal mit Schnitz vor. So man alle equipt. Ja. Nochmal! Echt jetzt? Jetzt mal ohne Spaß. Das war's von Apple. Die haben die noch nie gehört. Alter, ich... Nächstes Mal gegen 3 B. Nein, nächstes Mal gegen 4 B. Nein, nächstes Mal gegen 4 B. Nee, 4 nicht. Dann ist es wieder... Dann wächeln sie wieder. Ja, das machen die aber... Das sind 3 B. Und einen Shotgun. Durchpushen. Shotgun. Ja, den hab ich jetzt so überhaupt nicht erwartet. Alter, das war doch jetzt richtig scheiße, man. Ich bin da richtig unfähig, man. Ja, der saft! Ja, der saft! Ja, gegen 4 hat man keine Chance. Und er hat Naka. Dir jetzt nachladen. Das, bitte. Oh, ja, nachladen. Oh! Ey, verhelfen als erst fertig. 2 gibt's ja. Oh, verpiss dich, verpiss dich einfach! Run, boy, run! Alter, du jetzt doch stirbst! Oh, lol! Also, 3. Alter, ich bin... Ich nehme... Ich bin nicht gerade nervös. Nervös. Ja, bei dem Checker genannt haben. Ja, man muss sagen, nervös. Warte, warte, ein Ratsfunktion, was? Na, das ist werde zu viel mal Schiff hinterher. Bitte mal B, was? Zeige, hallo! Du bist da, hast du gesehen? Ja, trotzdem, wir haben gesagt, 3 B. Achtung, Flash. Nein! Ey, es ist nicht mehr normal! Verdammt! Ich hab keine Chance, ich hab ne Shotgun. Alter, es kann doch nicht sein, das ist so scheiße. Haben die jetzt hier Hexern gemacht, oder was ist da los? Komm, Mäpschen, das musst du jetzt machen! Mäps! Ja, Mann! Kannst du mal! Ey, wie war's? Warum schießt ihr noch auf seine Füße? Wer? Mäpschen. Weil die Füße, glaube ich, hoch sind. Eine kommt Short. Dieser eine Short. Ne, äh... Der letzte Short gewesen gerade. Der ist, glaube ich, oben. Ja. Ja, Push. Ja, hast du den nicht gesehen? Push, push. Jetzt renn einfach hoch. Der Short. So, jetzt gucken wir kurz mal der Sniper. Alter, nee, ich glaub der... Nein, ey, nicht! Alter, was? Kannst du dich nicht auf das Scheiß spielen? GB! Ja, was, Keks? Ich braue ne bessere Waffe in meine Fresse! Oder B! Junge, Alter! Oh! GB, Alter! Dreh dich weg! Ja, ich hab's ja nicht... Alter, Junge, ey! Ich kann ja auch gleich drauf gehen einfach. Schau Auto. Ja, es gibt nur noch einen, das ist 101. Ja, bloß das rechts. Der ist in das Loch, denke ich. Ah, ne, da auch nicht. Nein! Boah! Komm schon! Jawoll! Das geht ganz einfach! Nein, das kann nicht viel! Warum hast du's denn nicht von den anderen aufgehoben? Das ist einfach, weil wir eigentlich verarschen! Ich sollte jetzt da hingehen und nicht hier suchen! Alter! Das hätte locker noch gereicht! Alter, guck mal, wie schlecht ich jetzt bin, man! 20, 14! Ja! Grafen ist so geil! Erst das... dann... was... gut! Jetzt kannst du wieder ausmachen, jetzt bringt's nichts mehr! Jetzt gehen wir wieder hin! Was? Ja, deine Hexe was ausmachen! Halt dein Maul! Wie, halt dein Maul! Ja, ich hab keine Hexe! Halt dein Maul! Ja, du kannst richtig den Zuschauern sagen! Halt dein Maul! Sag's den jetzt! Erstucken und erlogen! Einer mitte die anderen Short! Ne, ja! Jetzt und alles Short! Einer Short! Einer Short! Einer Cutters, meinst? Alter, nee, oder? Alter, leck der Kerl, leck der Kerl rum, das ist nicht mehr normal! Der Robinson, nicht wahr? Ja! Und ich weiß, bevor man hat mich auch zu zweit, ist der Pistole gewesen! Jetzt hat er meine Arme, okay! Du machst das! Recht! Runden! Gut, Jonas! Nein, der war der! Ja, jetzt war's schon! Ruck dich! Die sind so leichterlich! Ne! Guck mal, Schätze, äh, Keks, guck mal zu mir! Das ist wirklich nicht! Nein, 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 nein! Wer hat ihn? Was ist denn? Na, ich bin ein Hacker! Ich weiß, dass welche Waffe ich nehme! Und dann sehen die das zum Kai Reinkhaus, dann reporten sie dich auf jeden Fall! Scheiße! Nein! Und ich lache, wenn du den VWC-Bahn bekommst! Wieso das VWC-Bahn bekommst? Wieso das VWC-Bahn bekommst? Das wird ja erstmal über Overwatch angekommen! Genau! Ja, schon! Ja, schon! Ja, schon! Ja, schon! Ja, schon! Ja, schon! Ja! Ich sag's ja am Ende, wenn ... Alter! Ja, Alter! Ein Einer on-spot-bomb ist on-spot bei B! Oh, Keks, bekommt ich die Death at Strike! Was hast du anzubieten? Nix! Äh, natürlich, dann bekommst du sie! Okay! Okay. Ne, bekomm ich den Keks. Der hat nur noch 33. Dann willst du eh nicht, weißt du? Oh. Mir gefällt die, dass wir detrike. Ah, jetzt auf einmal! Ne, jetzt ernsthaft, die gefällt mir wirklich. Bekomme ich die? Gibst du mir die kurz mal? Ja, ich habe sonst keine andere Waffe. Ja, ich kaufe die, warte, da. Ich finde die gar nicht so geil irgendwie. Ich finde die eigentlich richtig heiß. Alter, jetzt, die soll das, Alter, what the hell? Ich finde sie halt einfach geil, weil sie factory in hier ist. Sie in case of me. Jonas, da und steht was. Ich weiß, wann man nicht ist. Der Platz ist, was machst du da? Danke, dass du Windel besucht hast. Hey, ich habe das alles eine Aufnahme, da kann nichts passieren, ja. Ey, ne, oder? Mach den Sitz. Du hast die Hasen auf, du musst das machen. Leih. Alter, das war jetzt echt Lucky Mann. Oh, jetzt treibt er, pass auf, was jetzt? Ich habe jetzt einfach mal den Robinson reportet, weil er mich jedes Mal dem Laufen mit dem Headshot wegzieht. Ohne Spaß. Wer rennt um die Ecke geschaut. Der Schuss ist direkt auf einen Schuss, wenn nicht weg, jedes Mal. Okay, ich habe das Game wirklich zwei Mal gekauft. Einmal, weil ich einfach so krass runtergerankt wurde, dass ich mit den Teams, die ich dann random zugeteilt wurde, keinen Bock hatte zu spielen. Aber... Ich wurde noch nie VAC-bannt. Okay, wo schaust du, entscheide dich. Äh, ja. Loi! Die sind Cutters! Also ein Paar. Alter, habe ich das verkackt. Einer ist auf 6. Ja, Cutts mal wieder. Hacks bitte wieder anmachen. Einer Cutters, 6. Heiter Maul. Ich habe keine Hacks, Mann. Was soll der Scheiß? Ja, das ist doch ja auch nur ein Scherz. Was? Ich schaue kurz. Einer kurz! Uah, das war ganz richtig... Das war der mit den 6 HP. Habt ihr halt mir jemand zugeschaut? Nee. Ja, ich. Gell, das hat irgendwie komisch ausgeschaut. So Trigger-Bot-like. Egal, jetzt kommen wir wieder mal alle in auf AWP. Nein! Ich bin der 1. Mit der... Ah, nee. Ich und Jonas. Hat doch letzte Runde auch gut geklappt. Achso. CT. Wer spielt? Die G. Ich. Aber die habe ich schon letzte Runde. Die kommen. Die kommen. Wo kommen die? Wo kommen die? Ja, dann haben sie angetäuscht. Auf jeden Fall wurde er geflasht. Ich habe gefragt, wo? Äh, kurz. Die haben nur angetauscht. Mit, mit, mit. Einer, 2. Äh, einer ist noch mit. Bombe ist. Gut. Er ist wieder. Ding, mit. substn. Ja. Dritterائ71. Wo eseso divisiert? Ja. Du hast 10 MVP Punkte. Se Advisorsn geben wir первEric. am Anfang haben wir okay aber noch Leute gewinnen wir doch noch zwei Hälter 13 12 ist das für eine scheiß KT 18 14 so nicht die beste 7 17 wenn sie kommt Loi ja aber keine Ahnung wo den Kogler Ahnung der kann man ein Arsch kurz ein Netzklang das weiß ich dann habe kurz geht der Name gehabt zwei Schuss ich habe ich geworfen und noch an Achtung gleich als Schwarz hat einer ganz wenig Leben das ist der dann müssen dann ist noch einer mit der SG 553 unterwegs der der mich als Hacker bezeichnet die ganze Zeit um die Mühle warte bei der Porte Dichter der das übersteigt sein das ist er das recht heißen mit dem aus der jetzt mit der nicht anwenden nach oben was und denkt als wahrscheinlich alle aus der anderen typen portet haben m am Ende ist auch mal und und macht den Teil nennen Tiki Schuss 1 8 16 was sie dort sind drohen das ist gut ist was sie die Folge das bleibt da ein Abo und ja es ist so ist mal die Uhr zur Auge A